So. Ja. Mal schauen. Ja, gucken wir. Gucken wir auf welchen Server wir überhaupt waren, ne? 5 ist im Wachstum, 14 ist erntereif. Bist du schon live oder noch nicht? Ja, bin ich. Ja. Bei mir wird es nicht mal live angezeigt, ne? Das dauert schon ein bisschen. So, ready? Ja. Muss ich noch herausfinden, wo man Stroh reinknallen kann, ne? So, hier ist 4. Also, wenn du wählst, kannst du ein Sodmanwein, dann musst du das Screen wegnehmen, ne? Ja. Dann kannst du schon 4 und 5 kaufen, oder? Dann haben wir zumindest was zu machen, oder? 4 und 6, oder? 4 und 6, ja. Ja, kann ich machen. Dann hast du Geld rein, dass wir das kaufen können, und dann gib ihm, ne? Du musst den Titel ändern, ne? Ja. Alle ready? Welchen Titel ändern? Ah, ja. Den Titel. Stimmt, so. Dashboard, also musst du mir den schicken nur. Per TS. Was muss ich dir schicken? Das Passwort per TS. Wie immer. Wie damals. Wie damals. Wie damals? Ja. Die Ziffern, oder was? Die Ziffern, oder was? Ach, wie hieß die Map jetzt? Äh, keine Ahnung. Hammer geile Map. Ja. Ja, ja. Was weischt. Ah, da. Hey, Handy. Handy. Sorry, Moment. Ja. Wer hat noch nicht ready gedruckt? Ich habe ready gedruckt. So, mal in der Speedclub. Hey, hang on. Play. Ah. Ja, zack. Sorry. Hey, Pauli. Hey, du bist ein geiler Sieg, Pauli. Wie war das denn, oder was? Er hat Fliegen verwischt. Sorge. Was? Er hat Fliegen verwischt. Die Blasen kann ich nicht markieren weg von der Wand. Ja, ja. Oh, nein. Oh, ich weiß doch, passt nicht mehr. Ich schreib dir in Whatsapp. Si. Okay. Probier mal. Ach. Jo. Du hast meine Flasche da. So. Äh. Was kostet denn das Feld da vieren? Mal schauen. Wo? 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 Oben? Von der Seite links. Von der Seite links. Gehen wir da? Nein. Oben? Wir gehen in die Stadt hinein. Einstecken. Oben? Ja, oben. Ich werde so niedergemetzeln dürfen. Egal. Wir gehen in die Stadt hinein. Drei. 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 Jetzt. 306.000. Und? Auf welches Gebäude legt ihr euch fest? Ähm. Ich gehe in die Mitte. Die mittlere. Die mittlere. Vier Häuser. Fünf. Blau und drei rote. Die fünf auf der rechten Seite an der Hauptstrasse zu. Next. Hä? Das Feld kostet 306.000. Welches? Die Vier. Ja. Wir haben einen, der uns nicht mitkommt. Ja. Ich denke mal die 6 wird genauso kosten. Ja. Wir haben nur 2. Das ist eben der Kack. Wir müssen. Ich habe keinen Bock jedes Mal das Spiel von 0 anfangen. Ja. Also. Jetzt müssen wir überlegen. Ah! Mh. Mh. Mmmh. Boah! Ich brauche Knarek. 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 BGA können wir schon rein, oder? Ja. Gut. Dann habe ich eine Idee. Fett die Legs, Mann! Was hast du für eine Idee? Wir haben bestimmt ein Wwerk, oder? Hm. Ja normal, ne? Ja, euch doch. Ja, aber du willst Dings dann, oder? Alles in den Weg reinknallen oder was? Silage machen, hier rausmähen, Silage machen. Es gibt ein... Ich meine... Das Gebäude ist noch nicht kacke. Bitte? Ja, mir ein paar Leute ist da. Nur, dass es wüsste so. Ich weiß nicht, wo sie gelaufen sind. Das klappt eigentlich. Ah, Stroh kriege ich auch nicht hier raus aus dem Wagen. Ah, irgendwo kann man noch Stroh verkaufen, oder? Ich den Wagen leer hab. Stroh, 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 da verkauf Stroh, Gras. Wo bist du? Düm, 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 da oben. Ach, da. Gott. Du, 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 du. Ey, ich hab keinen Rucksack, Mann. Ja, auch nicht. Warte, war ich doch am Sturm, ja? Nö. Gestern, ne? Ja, in der Stadt nur, ne? Ihr habt dann Videos gesehen, ja, gegen die Post ab, wa? Sergei. Was? Wolltest du eine Waffe haben? Ich brauche Platz, um in den Zug platzieren zu können. Weil ich keinen Rucksack haben. Es gibt M16 oder wie die heisst, ne? Und 60 Schuss da. Ja. Okay, wir fahren. Okay. Ich muss dabei. Wir sind die, ne? Wir müssen die anderen Tempel jetzt fertig machen. Ja, Sergei, aber wir wollen sie fertig machen. Du, du brauchst eine Waffe. Du hast keinen Krall, oder was? Du brauchst. Ich habe zwei. Ja, oh, was hast du? Äh, jetzt könnte ich sogar auf einen Vektor wechseln. Ich habe eine blöde Flinte. Was verputzt die Vektor für Munition? 9mm kann das sein. Ja, ich habe einen Vektor. Einfach vor dem Vektor. Ah ja, was geht hier ab? Wo? Ja, die haben 100 Jahre nachdem. Ich brauche einen Rucksack, weil ich kann nicht alles mit mir schleppen, was ich würde gerne. Ja, ich schaue, aber ich finde da keiner. Bei mir hat es einen Rucksack. Bei mir gibt es einen. Bei mir gibt es auch einen. Was schaust du? Wo? Da kommt jemand. Was spielst du? Äh, Petrogramm. Äh. Ich klaufe mich nicht, außer dass es gesagt wurde. Verpiss dich! Mann, ich knall dich gerade ab, Mann. Ich ziehe mit der Wektor einmal durch, dann hast du 45 Euro geschluckt. Ausser du willst mal Flinte kosten. Oh, nee. Kann ich hier durchfahren, oder was? Tatsächlich. Wenn ich Pistole habe, ich bin gerade völlig gefaust. Seh, oh! Da gebe ich ihn. Kann ich da abklicken? Yeah! 1 Kaliber gibt es, äh, 12 Kaliber. Heisst das. Hei, eh, 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 E-Energy Cookie. Bist du auch Melanie? Was? Nein, den Ding ist hier im mainstream. Kannst du den? Was? Kiii! Kiii! Energie, kann man mitspielen? Ja, theoretisch. Praktisch auch. Ja, stimmt. Ja, ich fahre jetzt jeden drauf, weisswieso, dass es keine privaten Mots mehr gibt. Prüß dich! Das stimmt. Oh, fällt eins noch voller Stroh. Ja, es gibt einen TS. Ja. Ich will nicht mit der Pfanne laufen. Das ist ja geil. Beutel, es ist bei mir als Gegner. Wir kommen an. Wo? Ja, bei mir! Ja, Babi, du bist auch so ein Gescheidensiech bei dir. Du siehst doch, wo ich stehe? Ja, aber unten oben. Oben? Ähhh... Oben, auf einem Gegnerhaus. Moment. Ja, auf welche Seite? Richtig, oben. Westliche. Was ist Frontal? Ah, entschuldige bitte, einen Moment. Das geht gleich mit dem Hotkeys. Verdammt. Ich hab was vergessen anzuschalten. Kannst du sagen, wo du bist, oder was? Weiss nicht. Westlich. Wo ist Westlich? Ja, schau auf die... Ja, wenn man es dir mal sagt. Nordwesten. Genau so. Der hat sich direkt verparkadiert. Unten sehe ich nichts. Der ist schon oben, Särge. Er wartet nur auf das. Ja. Ja. Bist du schon da oben, Peter? Ja. Was will der hier von mir? A reason. You are running a version of Ancbot is no longer support. Please update your software. Anderen, oder was? Nein, Mann. Muss ich auch Ancbot hier updaten, oder was? Der ist nicht mehr da. Hinter dir. Weg, 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 weg. Wo ist er gewesen? Ich hab Lobby Schüsse bekommen. Der Teamstreet heißt... Ich weiss, wo der ist. Was? TS.cube-dust.com Ich bin da oben. Er ist da unten, ich blockieren. Könnt ihr zu mir kommen? Schau dir. Ich komme. Nice. Merci. Komm ich da auf die Scheiss Terrassemann. Komm mal schauen, was er mit dabei gehabt hat. Danke. Wo ist er in seiner Kiste oder oben? Wo ist er in seiner Kiste? Wo ist er in seiner Kiste? Besucher. Dann 400. Kommt rein rein. Okay, benutzen. Wieso eigentlich nicht benutzen? Besucher. Besucher. Und dann laden wir nach. So, greif. Kommt das ab. Und darf ich zweifachen suchen? Ja, nehme. Ich brauche die Munition für 5, 5, 5, 6. Er hat noch 13. Warte, der Helm. Gut. Gut. Feier auf, selbstverständlich. Au. So, Antwort jetzt. Äh Leute. Äh. Laufen. Wir müssen. Achso. Ja. Ja. Pissen von da. Connect. Connect. Okay, das auch Connect. Ich bin richtig. So, jetzt kannst du Ausrufe Zeichen TS machen. Das funktioniert jetzt. So, zum grünen. Vollautomatisch Einzelschuss. Ich mache mal Einzelschuss jetzt. Ja, aus dem Rahmen raus. Wenn wir mit dem Radius nicht hin sind, werden wir zukommen. Fahrzeuge, LOL. Was?